Moin Chef, wenn du mal einen aufmachen? Hallo! Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Wie? Ich darf nicht mit. Wo ist denn das her? Hab ich günstig gekauft, bei Klanger zeigen. Ich muss ihn doch eben wegkriegen, oder? Nein, wir sind doch kein Möbelunternehmen. Funktioniert nicht. Was? Ich darf nicht. Äh, äh. Stopp! Darf ein Busfahrer Möbel mitnehmen oder irgendwelche anderen sperrigen Gegenstände? Ganz klar, nein. Fahrrad, Kinderwagen, Rollator und Rollstuhlfahrer, ja. Aber Möbel? Leute, ich sorgt euch ein Umzugsunternehmen dafür. Wenn ihr nicht wisst, wohin mit euren Sachen, der dann nicht gehabt. Taxis, großes Sammeltaxi, aber Möbel? Nein, sieben jetzt. Jana, wir dürfen nicht. Also, lasst stehen das Ding. Ich schieß, danke für gar nichts.